Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Ich habe von einer Wintersportart gehört, zu der man Steine, einen Besen und Eis braucht. Also wie wirft man die Steine auf das Eis und dann muss man sie wieder zusammenwischen. Liebe Frauen, wenn eure Männer plötzlich wie verrückt den Boden putzen, keine Angst, es geht ihnen gut. Sie sind nur dem Curling-Fieber verfallen. Tschüss!